so langsam müsste ich eigentlich prozente von der werbung bekommen wir spielen mal vier runden ja machen erst mal vier deutsch ist die sprache ich bin leger und hier ist der link wunderbar so kommt gern mit rein ich freue mich drauf ich habe eine idee vielleicht kann ich das irgendwie so machen da vielleicht kann ich das so machen dass ihr nicht seht was für ein wort ich aussuchen muss was ich für ein wort zeichen muss dann können wir das tatsächlich super hier zusammen spielen doch da ist einer da sind zwei hallo ihr beiden ich würde ich würde es gern haben das moment kann man das kann das vielleicht sogar die kann man nicht ich würde schön finden wenn man diesen avatar hier noch gestalten könnte ja wobei ich muss sagen ich fühle mich schon ziemlich cool mit als rosa durch mit der mono brau und der krone kann den link eingeben kannst du da nicht drauf klicken so bist wenn du auf dem handy spielst dann keine ahnung wie man den eingeben kann klick auf versuch auf zu klicken ist tut mir leid du könntest höchstens probieren die zeilen zu also das zu kopieren also als bord markierung naja gut wir warten mal noch eine minute und schauen ob noch irgendwer dazu kommt und dann starten wir das ich bin ja dann kannst du da nicht draufklicken geht das nicht wer ist abgehauen nein bin das abgehauen ja na gut dann also drei müssen wir mindestens sein wenn wir nicht mindestens drei sind oder ja mindestens drei dann vier dann 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 wechseln wir auf die oder so jetzt geht ihr raus weil ihr keinen bock auf das spiel habt oder naja naja ich sehe das schon kommt mal rein es wird lustig ja gut irgendwas wollte ich vorhin noch erzählen kannst kannst du nicht kannst nicht auf den link im chat draufklicken so bist wir starten jetzt einfach mal zu dritt wunderbar also viert zu fünf wo sie sich einfach große spiel starten sollen so jetzt könnt ihr das natürlich sehen das ist natürlich ganz blöd irgendwie das ist so warte mal das ist jetzt so gibt gibt mal ruhig alle morgen ein ich muss mal hier noch was umstellen dass ihr das nicht sehen könnt wie mache ich das genau morgen morgen heißt es ihr könnt das ruhig eingeben das jetzt muss mal alles um das hier einzustellen weil wenn ihr das sehen könnt was ich zeichnen soll dann ist das irgendwie ein bisschen komisch so wunderbar so funktioniert das doch wunderbar da muss ich bloß daran denken dass wenn ich dran bin kurz den bildschirm schwarz zu machen und dann können wir mal rausfinden ob ihr das erkennen könnt was ich hier zeichne ja für die leute die das spiel nicht kennen für die leute die das spiel nicht kennen ich zeichne sachen ihr müsst ihr erraten ihr zeichnet sachen ich muss die erraten und ihr werdet zusammen natürlich blöd weil ihr jetzt seht moment jetzt muss ich auch noch ändern so das ist doch gut könnte auch nicht sehen was ich ein tippe mein gott was könnte das denn sein das jetzt jetzt muss ich natürlich aufpassen nicht zu viel zu verraten weil wenn ich hier vor mich im murmel und das einfach euch ein euch den vorsagen es wäre ja ein bisschen blöd würde ich meinen oder was ist denn das was ist denn das T-Shirt passt ja anscheinend nicht zeig mal begeister uns ist auch relativ ausgeglichen hier gerade weil ich das wie gesagt immer auf englisch gespielt habe und glaube die begriffe sind komplett anders Moment könnt ihr das achte was du schnell als ich fernando naja gut okay du wirst schon sehen was du davon hast wenn du hier den host und youtuber besiegst wunderbar 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 ja und nicht hier in den chat verraten was es ist auch ganz logisch ja so für die leute die uns noch joinen möchten die es irgendwie verpasst haben oder noch dazu gekommen sind ihr seid herzlichst mit eingeladen was ist eigentlich euer Lieblings Urlaubsort das würde ich mal gerne wissen also sagen wir mal außerhalb von Deutschland was ist da so der Ort wo ihr am liebsten wart oder wo ihr mal unbedingt gerne hin wollen würdet wir waren aber zweiter als eben oder 555 weit weg bist du nicht oh Gott Holland ach denn wohnst du wahrscheinlich in Westdeutschland oder mein Gott das könnte das sein vielleicht ne das ist zu kurz naja ich muss zugeben ich weiß noch nicht was es ist ich lass das hier noch ein bisschen Zeit äh lass die Zeit hier noch ein bisschen verstreichen und ahahaha ich hab ne Idee dammit ach shit ich hab's hier rein verdammt Leute guck nicht den Shit ist es überhaupt das Richtige? ist gar nicht das Richtige okay ach ach ich hab's jetzt drauf ist ja nicht zu passen bis hier ist ja in Norwegen ähm die Snacken Norsk die Snacken Norsk ähm ja ja gut du bist fehlt noch und dann ach ist das ist das schön ja ich hab zuerst gedacht Leuchtturm ich hab zuerst gedacht Leuchtturm ich finde das so schön dass wenn wir das jetzt hier alle zusammen spielen ähm dass keine Trolls hier dabei sind na gut okay wer weiß wer weiß was hier noch alles kommt ich lass mich gerne auch noch also ich lass mich auch von euch überraschen aber ähm vielleicht sehen wir jetzt ein paar weniger Penisse das würde ich ähm gerne haben ähm das könnte vielleicht nö ähm vielleicht auch nicht schade Himmel, Wolke ähm aber bashen wir einfach mal oh bashen wir einfach mal ein paar Wörter hier rein und ich dammit wie könnte das denn sein hm Wetter haben wir auch schon gehabt Wetter wär mein nächster Tipp mein nächster Tipp gewesen ähm hab ich Regen überhaupt schon geschrieben? ne na gut okay ist natürlich auch witzig weil ähm für denjenigen die er mal zeichnet äh immer sofort hört was da für Reaktionen kommen und was die Leute darüber denken das 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 ist natürlich witzig Watt da ist jemand drauf gekommen? Alpha Alpha du machst mich fertig Man kann nicht mehr joinen ach wir sind zu viele wirklich? oh ne das das scheiße wirklich oh damit hab ich jetzt nicht gerechnet dass wir zu viele sind schick ach Mist äh Donner Fuck Donner schon wieder einen falschen Chat geschrieben ach also da da muss ich mich echt noch ein bisschen dran gewöhnen hier Das tut mir mega leid, dass wir jetzt nicht mehr genug Platz haben, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass wir denn, ich dachte das Maximale wären 10 und nicht 8. Das könnte vielleicht, nee, das vielleicht, ach, ach man, ich bin so blöd, nein, nein, so, das wäre jetzt eben fast peinlich geworden für mich, ich bin, ich habe eine profunde Erfahrung, einen profunden Wissenschatz über die deutsche Rechtschreibung, denke ich mir, zum Anfang, denke ich mir. Ja, bloß manchmal passt das nicht so wirklich von der Grammatik und dem Satzbau her, das ist, das merke ich auch bei meinen Videos, wenn ich einfach drauf losquatsche, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr fast immer wisst, was ich damit meine, wenn ich mal wieder meine Phasen habe und unverständliches Zeug einfach hineinlabern, oh, ein kleines Herzen in meinem Namen, ist ja süß, danke schön, ich fühle mich so geschmeichelt. So, Legas Pro hat 0 Punkte, ey, du kannst dich doch nicht Legas Pro nennen und dann 0 Punkte machen, hallo, du musst den Namen verteidigen. So, 4 Buchstaben, 4 Buchstaben ist zu schaffen, oder? 4 Buchstaben schaffen wir, Leute, 4 Buchstaben, aber vielleicht, ja, das sind 5 Buchstaben, gut gemacht, Legas, das ist toll, Respekt, Respekt. Ähm, Alpha, zeig mal, von dir habe ich ein bisschen Respekt, ähm, eben warst so schnell als ich, aber jetzt, jetzt, jetzt weiß ich ehrlich gesagt kein bisschen was das sein soll. Uuuuuh, jetzt ist gerade, äh, jetzt ist gerade jemand rausgegangen, also, wenn du nachdrehen möchtest, Rewind, ich hab echt keine Ahnung, was das sein soll, tut mir leid, äh, mit O hinten. Äh, ach, ach, natürlich. Okay, jetzt erkenne ich die Zeichnung auch, jetzt erkenne ich auch die Zeichnung. Ja, ja, boom! Tschung, aber, wer hat die meisten Punkte, das, das, das habe ich, das habe ich gerade nicht so, nicht so richtig mitbekommen. So, wer ist denn jetzt dran? The Beast, na, mach mal ein Beast, zeig mal, was für ein Beast du bist. Englisch, Englisch, Englisch nicht mehr, scheiße, da habe ich die ganzen Wörter mittlerweile im Kopf, aus wie ein kleiner Stern ehrlich gesagt, ich sehe den Sternenhimmel, 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 wow, nee, na gut, hätte ja sein können. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Wörter vor mich hinlabere und hier irgendwas nicht ganz Angebrachtes bringe, ne, das ist ja alles live, alles, das Internet vergisst nicht, absolut nicht. Ich war ja so schockiert, dass ihr gestern dabei wart, als ich diesen Stream einfach mal ausprobiert hatte und dann auf einmal, bam, 20 Leute drin waren, so viel haben wir heute nicht mal geschafft. Äh, ich habe anscheinend ein paar abgeschreckt dadurch. Was könnte das denn sein? E zweiter Buchstabe. Ja. Äh. Was, du hast es? Alter. Äh, nee, ich komme tatsächlich nicht drauf, was es sein könnte. Äh, ein Seestern. Natürlich. Stern war ja schon mal richtig, bloß keiner hat damit gerechnet, dass Stern nicht als erstes kommt. Naja, gut, okay. Ich hätte vielleicht, ähm, ich persönlich hätte wahrscheinlich ein, ähm, Strand gezeichnet und dann ein Seestern, der da einfach so liegt. Das ist ein Holzbein. Gucken, warte mal. Nee, 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 das ist das falsche, das falsche Shirt. Wird das jetzt tatsächlich? Moment. Moment. Nee. Ähm, wie viele Buchstaben hat das denn? Was? Eine Beast hat es schon? Was könnte das denn sein? Ist das ein Zahn? Nee. Ein Heizahn passt nicht. Ach, ach, natürlich. Jetzt, 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 jetzt kam es. Jetzt kam es. Jetzt kam es. Übrigens, ähm, da gibt es ein witziges, witziges, kognitives Spiel zu, mit genau diesem Thema. Ähm, da hat mich mein Vater mal sehr geflasht gehabt. Wenn das hier vorbei ist, also wenn ihr rausgefunden habt, alle, was das ist, dann, ähm, dann werde ich das euch auch erzählen, was ich damit genau meine. Aber jetzt gerade wäre das ein bisschen sinnlos, weil dann würde ich das euch verraten. Das wäre ja blöd. Das, das, das mag ich am allerwenigsten. Wenn, ähm, das Leute dann in den Chat schreiben. Das finde ich auch toll, dass bisher keiner von euch zumindest absichtlich gemacht hat. Ja, äh, es gibt, es gibt dieses kognitive Spiel, dass man, mhm, ach, ich bin so blöd. Jetzt habt ihr es schon wieder gesehen. Halt, warte mal. Ach, nee, bringt ja nichts. Mann. Egal, dann zeichne ich jetzt einfach eine schöne Eule für euch. So, einfach eine Eule. Welche Farbe soll die Eule haben? Ist das eine Schneeäule? Nee, weiß, können wir nicht machen. Beim nächsten Mal verspreche ich euch, dass, ähm, ja, tippt es einfach rein. Beim nächsten Mal verspreche ich euch, dass, äh, ich, ich, ich aufpasse. So, ähm, ich hab keine Ahnung, wie eine Eule aussieht, ehrlich gesagt. Äh, die haben große Ohren, nicht wahr? Ja, so, ähm, so, dann vielleicht, genau, die sind ja immer sehr, haben immer so diesen großen, großen Kopf und zack, äh, und ne, keine Ahnung, haben die einen gelben Schnabel? Ja, die haben noch einen gelben Schnabel, oder? Ja, die haben einen gelben Schnabel. Das war keine gute Eule. So, jetzt, 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 jetzt muss ich aber mal dran denken, beim nächsten Mal, dass wenn ich dran bin, dass wir, äh, dass ich das hoch, dass ich kurz mein Bildschirm schwarz mache und ihr nicht seht, was ich zeichnen soll, sonst, sonst ist das hier wirklich ziemlich unnötig. Ja, äh, zurück zum kognitiven Spiel. Es geht irgendwie darum, dass man, ähm, irgendwelche Rechenaufgaben lösen muss und dann werden dir drei Fragen gestellt. Also, ich kenne das Spiel, mache das Spiel jetzt mit dir und gebe dir ein paar Rechenaufgaben. Und dann sage ich ganz schnell, ähm, denk an ein Werkzeug. Ja, schreib mal schnell. Merk's hier, denk an eine Farbe und denk an ein Musikinstrument. Oh, ich weiß, was es ist. Äh, nee, ich weiß es nicht, was es ist. Ja, wunderbar. Ähm, und da kommen bei, bei einem sehr, sehr großen Prozentsatz der Bevölkerung, äh, die Rechenaufgaben stellen, mit demjenigen, mit dem du spielen möchtest. Und dann frage ich diese drei Fragen und mal sehen. Vielleicht, ähm, klappt das, also vielleicht, äh, klappt das Spiel und ihr habt übernatürliche Fähigkeiten. Na komm, Alfa, das schaffste. Go, go. Ist natürlich auch ziemlich nervig, dass wenn man das Spiel jetzt spielt und man als Letzter noch das nicht rausgefunden hat, dann auch noch am Ohr zu hören, ähm, die Schelte, dass man, ähm, tatsächlich noch nicht fertig ist. Die Erinnerung. Ist das wieder ein Kompass? Ja, Kuchen ist aber auch, ja auch möglich gewesen, auf jeden Fall. Ähm. Das ist wahrscheinlich, was könnte das denn sein? Ich hätte zuerst gedacht, so ein Spielplatz, also so vom Boden, also so eine Draufsicht. Ah, 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 ich weiß es, ich weiß es, ähm, scheiße, aber was von denen ist es? Ich hoffe, ich weiß es. Nee. Damn it. Okay, wahrscheinlich bin ich komplett auf dem Holzweg. Ähm. Vielleicht. Ist das überhaupt im Weltall? Ach! Super. Hä? Ach. Ach, jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich es. Ja. Radius hätt's aber auch sein können, ja? Radius hätt's auch sein können, da fehlt bloß ein Buchstabe. Grillen. Nee, tatsächlich nicht. Es ist Radar. Hab ich, glaub ich, selbst auch schon mal gezeichnet. Oh, das ist ein langes Wort. Ja komm, ich geb dir mal einen Daumen nach oben. Ist schon alleine, um dich anzufeuern. Das wird schon, das schaffst du. Eigentlich bräuchten wir die Anfeuerung, weil, ähm, so ein langes Wort zu erraten, ich mein, zeichnen, kein langes Wort sein und trotzdem einfach, ne? Aber ist dann auch richtig einzutippen. Oh, 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 oh. Ähm, was könnte da jetzt so langen, shit. Meer und was mehr, natürlich nicht. Nee, 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 nee. Ja. Wupp, wupp. Komm schon, das schafft ihr. Ist wunderschön gezeichnet. Ich drück euch die Daumen. Yay, Linda. Sehr gut. So, als Joy noch die anders. Ach, Fernando, so ein Mist, da. Du hast, ähm, das, du hast dich zweimal verschrieben. Oh, es tut mir leid, ich kenne deinen Schmerz. Ich, ich kenne es. Ich, ich kenne das, dieses Verschreiben. Es ist furchtbar. Ach. Jo. So, 365 Punkte für mich. Wunderbar. Linda ist dran. Na, dann schauen wir mal, was die, ähm, die werten Damen der Schöpfung sogar in Zeichenkünsten uns überlegen sind. Ähm, auf jeden Fall, Moment. Nee, das ist es nicht. Ha, ich. Gla- Hm. Okay, 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 okay. Nee. Gut, trockener war es nicht. Es ist, es sah aber tatsächlich aus. Äh. Ah, das passt. Das passt, das passt, das passt, das passt, das passt. Yeah, wunderbar. Schön gezeichnet. Bündig, wirklich schön. Trickst. Nicht nur, äh, hier einen Daumen nach oben, sondern auch noch hier zwei. Super. Ach, shit, Jessica, tut mir leid, ich habe vergessen, den Stream-Namen zu ändern. Ähm, Moment. Sorry, 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 wir haben vorhin mal abgespielt und haben jetzt kurz gewechselt. Ähm, das ändere ich aber, wenn nicht, dass hier Verwirrung entsteht. Ähm, Leute, äh, spielt mal kurz, ich, ja, scheiße, ähm, so, wunderbar. Ähm, dann ändere ich das mal schnell, dass wir noch hier Leute, ähm, nicht, dass wir die Leute hier verwirren. Wir machen jetzt daraus ein, na, klappt das denn jetzt nicht. Ähm, tippe ich mal hier schnell, scribble.io ein, Livestream. Ja, wunderbar, genau. So, ähm, müsste jetzt eigentlich klappen. Ja, jetzt müsste es scribble.io heißen. Wunderbar. Das machen wir mal kleiner und zieht zur Seite. Und ich bin gleich wieder für euch da. So, was, was haben wir denn jetzt hier eigentlich gerade? So, wunderbar, da seid ihr wieder. Ja, hab ich tatsächlich. Krass, stimmt. Wow. Ähm, naja, ich hab das Spiel jetzt wieder schon ein paar Mal gespielt. Ne? Was könnte das denn sein? Ich hätte jetzt, ich hätte, ich hätte zuerst, ähm, ich hätte zuerst gedacht an Pokal. Ich glaube, das hat auch irgendwer geschrieben von euch. Linda hat es als Einzige rausgefunden. Hm, verdammt. Komm, das schaffen wir auch. Siegerehrung, Sonnenschein. Trophäe, na klar, Pampokal, Trophäe. Dass wir da nicht drauf gekommen sind. Ja, naja, gut. Passiert's, passiert's. Fünf Buchstaben. Oh, 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 oh. Könnte es tatsächlich, könnte es tatsächlich. Ja, es ist tatsächlich. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass ich das Spiel ja schon ein paar Mal gespielt habe und die Videos hierbei rausgekommen sind, sind ja nur ein Bruchteil davon, wie viel das eigentlich war. Ich habe euch ja tatsächlich nur so die paar Besten rausgesucht und viele Wörter sind anders hier im Deutschen, ist mir schon aufgefallen. Also, ich habe noch lange nicht alle gesehen, auf gar keinen Fall. Aber ein paar Sachen, die kommen halt auch im Englischen nach und zu ran und das ist so eins davon. Sieht ein bisschen aus wie die Zucchini. Gurke. Die einfache deutsche Hausgurke. Hm, ich habe Hunger, das merke ich gerade. Naja, wir streamen jetzt mittlerweile auch schon. Wow, eine Stunde, ne, eine Stunde 38 sind wir jetzt dabei. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so lange dabei sind. Weil, naja, gut, wir haben ja von Mopids gewechselt. Aber dass wir immer noch acht Leute sind. Leute, ihr begeistert mich immer und immer wieder. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Schön, dass ich, ich habe mal gelesen gehabt, ähm, vor einem Jahr oder so, ich hatte irgendein YouTuber, ein größerer Mal, ein Interview gegeben und gesagt, für neue, ähm, da ging es halt, oh, Moment, 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 Moment. Ja. Ähm, ja, da war ich ein Ticken schneller. Ja, und der hat gesagt, dass, ähm, es nicht mehr möglich ist, heute als YouTuber, also wenn man neu anfängt, eine Community aufzubauen. Und, ähm, da bin ich anderer Meinung, weil ihr zeigt mir jetzt immer wieder, dass man es halt doch noch schafft, eine gewisse Gemeinschaft aufzubauen. Und es ist mir relativ wichtig, diese Gemeinschaft zu halten, ähm, als der YouTuber in dem Sinne. Ja, dass ich halt, äh, dass ich halt, äh, den Kontakt aufrechterhalten kann mit der Community. Und, ähm, nicht nur irgendwelche gesichtslosen, anonymen Zuschauer sind. Das fände ich ein bisschen schade. Jetzt ist, äh, gut, man muss auch dazu sagen, jetzt ist es ja auch, jetzt ist es ja auch möglich. Ich meine, ich habe jetzt, keine Ahnung, um die 240 Abonnenten. Ich habe jedenfalls, oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich labere jedes Mal und vergesse das immer wieder. Ey, Leute, erinnert mich mal bitte daran, okay? Ähm, dafür versuche ich jetzt, Sattel zu malen. So, ja. Ähm, kommt hier erstmal Horsey. Das, 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 das ist Herbert, das Pferd. So, zack. Herbert hat, äh, kleine Probleme mit seinen Beinen. Die sind nämlich zu kurz geraten. Deswegen wurde er immer gemobbt in der, äh, Pferdeschule. So, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich noch Pferd sagen soll. Ähm, bis alle. So, jetzt kommt aber, wow, der, der, Herbert hat einen wunderschönen, äh, langen, äh, Pferdeschwanz. Und, ja, ist, ist ein wunderschöner, genau. Hat bloß leider einen sehr, sehr großen Kopf. So, jetzt machen wir mal noch das hier. Ein paar Augen und wir wollen den Sattel haben. So, zack. Bam. Sattel. Wuuu. Wie lange wird schon gestimmt, getrimmt? Meinst du gespielt? Also, wir spielen seit, ähm, der Stream geht seit einer, seit, seit, also, der hat um 18.45 Uhr angefangen. Wir spielen jetzt ungefähr, 25, 30 Minuten hier, ähm, Scrabble. Doch, wow, relativ lange. Finde ich ja schön, dass das klappt mit euch. Dass, 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 dass das doch relativ gut ankommt. Ähm, was könnte das sein? Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen zu dem Thema. Äh, jetzt gerade ist das ja auch noch möglich. Wie gesagt, ich habe jetzt so um die 240 Abonnenten. Und ich schaffe es halt tatsächlich noch mit euch in Kontakt zu treten. Ähm, wenn man jetzt, wenn man sich zum Beispiel Gronkh ansieht, oder wenn man eine Floyd ansieht. Wobei, eine Floyd hat eine sehr, sehr gute Community. Gronkh auch. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil die haben es echt gut hinbekommen, noch auf dem Boden zu bleiben. Ähm, ja, andere große YouTuber, die schaffen es einfach nicht von einer, das sind einfach, wenn da 200, 300, 400.000, ähm, Abonnenten vor einem sitzen. Da überliest man halt die Kommentare. Das passiert jetzt schon, dass ich einfach, ähm, Kommentare von euch übersehe. Ähm, das ist doch wieder ein Tier, oder? Äh. Ach, okay, alles klar. Ähm, schreibt, dass man nicht hier rechts in den Chat rein. Weil, ja, genau. Ähm, naja, gut. Ich habe es jetzt mal nicht eingegeben, damit es nicht geschmückt ist. Ähm, ja, wow. Wir sind mittlerweile 14 Zuschauer. Ähm, also wie gesagt, wir werden, denke ich mal, so, wer ist denn jetzt dran? Fernande, mhm, Fernande, oh, wir sind jetzt in der dritten Runde. Ach, shit, ich habe, mhm, okay. Ja, tut mir leid, mich mag niemand, ähm, wir haben vorhin, äh, Mope gespielt und haben jetzt auf Scribble gewechselt. Deswegen habe ich da vergessen noch. So, das wechsel ich, ändere ich mal schnell. Aber danke, dass ihr mir Bescheid sagt. Ähm, Pompnail. Okay, wunderbar. Gut, 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 gut. Jetzt noch mal zurück, Bildschirmaufnahme. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich auch, ähm, den, den, den Stream geändert. Nochmal für alle, die hier raufgejoint sind, wohl, ähm, weil sie Mope erwartet haben. Tut mir leid. Wir, äh, spielen jetzt noch kurz, Gribble. Aber ich halte mir offen, in der nächsten Zeit mal auf Deep.io zu wechseln. Wenn ihr dabei seid. Wann nehme ich wieder Deep.io auf? Ey, wir haben gestern erst Deep.io aufgenommen. Muss ich mal sagen, ähm, wir haben ja jetzt schon relativ viele Deep.io Folgen. Ne? Ähm, ich, ich würde ganz gerne, ähm, das nicht zu sehr ausschöpfen, Deep.io. Ich spiele das immer noch furchtbar gerne, auf jeden Fall. Nur, wenn ich jede Woche zwei, drei Deep.io Videos raushauen würde, dann würde die Abwechslung fehlen und es würde mir einfach irgendwann keinen Spaß mehr machen. Und dann kommen blöde Videos raus. Und ich versuche mich eigentlich schon irgendwie bei, äh, jedem, bei jedem Let's Play doch ein wenig zu steigern und mal was Neues auszubringen und euch auch anderen Content zu zeigen. Äh, ist bei Deep.io noch möglich. War cool, dass gestern ein Update rauskam. Aber, ich möchte halt, äh, es auch nicht über, über, übertreiben. Und deswegen kommt, äh, diese Woche kein Deep.io. Also, ne. Also definitiv nicht von nächster Woche. Mope.io auch nicht. als, äh, I.O. Game. Mh, weil da habe ich jetzt auch noch nicht so richtig Lust drauf, daraus ein, äh, Video zu machen. Mh, ja. Aber was könnte denn das sein? Mir ist noch keiner draufgekommen. Wer zeichnet denn? Anfrey Lee. Oder Le. 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 Na dann Le. Mach mal. Ähm. Also zum Anfang sieht es aus wie ein T-Shirt. Muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben. Wobei, hey, Paul. Ich hab's gewusst. Paul, ey. Ähm. Paul1990. Ich hab gestern mir nochmal den Stream angeguckt gehabt. Den Chatverlauf. Und hab ganz zum Schluss KDV4Army gelesen. Und ich war jetzt kurz auf dem TS drauf. Und hab geguckt, ob ihr da seid. Ihr wart aber nicht da. Und, ähm. Ich hab, ich hab gesehen, dass im Teamspeak immer noch der, äh, Link zu meiner, zu meinem Channel vorhanden ist. Obwohl ich vor zwei Monaten, äh, vor einem Monat, vor einem halben Monat auf dem Teamspeak war. Aber, auf jeden Fall, Tuni ist auch da. Oh mein Gott, ihr macht mich so glücklich. Ähm. Leute, Tunak und Paul sind beides Leute aus meiner früheren, ja, als wir zusammen auf dem TS rumgehangen haben. World of Warcraft, League of Legends, sowas halt. Jetzt muss ich auch mal kurz das Wort hier eingeben. Äh. So, natürlich haben's jetzt alle anderen. Ja, und ich, ich find's, ich find's, ich find's, ich find's, ich find's schön, euch hier auf dem, äh, Server zu haben. Willkommen. Ist übrigens mein erster, äh, Livestream, mein erster richtiger. Deswegen verzeiht mir, wenn ich noch ein bisschen schwimmbarzt rüberkomme. Aber bisher klappt das eigentlich ganz gut mit euch. Es macht auf jeden Fall mir Spaß. Sieht man schon daran. Das ist ein Penis. Habt ihr jetzt gerade alle zusammen entschieden, hier auf dem Streamer vorbeizuschauen? Finde ich ja süß von euch. Oh, zwei. Äh, das ist hundertprozentig. Ha. Leute, zwei Buchstaben, kommt schon. Zwei Buchstaben. Im Deutschen. Ja, genau, mehr braucht er gar nicht. Fertig. Lass es. Alpha, genau so. Genau so. Da kommt ihr drauf. Ah, schön. Hallo, hallo Philipp. Mein Gott, jetzt sind sie echt noch ein paar dazu gejoint. Ähm, jetzt muss ich mal schauen. Nicht, dass ich hier irgendwen übersehen. Let it crash, da habe ich glaube ich drauf geantwortet. Is your dream. Bro. Yo, natürlich. Wir sind Bros. Ich würde euch ja als meine Bros bezeichnen, aber ich möchte hier nicht wirklich so PewDiePie kopieren. Ja, da hat er sich echt ein gutes Markenzeichen ausgedacht. Aber, ja. Wir werden ja noch was rausfinden, wie wir uns hier intern bezeichnen. Ja, Michael, du bist, äh, mich mag, du bist tatsächlich, tatsächlich ein bisschen, äh, zu spät für Mob.io, aber es war nicht der letzte Livestream. Ich mache das hier eigentlich ziemlich viel Spaß mit euch. Ähm, wenn es klappt, denke ich mal einigermaßen. Deswegen werden öfters mal Livestreams kommen. Immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, ich werde es doch ein bisschen früher ankündigen als eine halbe Stunde vorher. Versprochen. Stopp. Halt. Nicht umfallen. Nicht umfallen. Ach, das sieht aus wie ein Dreieck. Tatsächlich. Wow, das ist eine gute... Wie sieht denn eigentlich unser Punktbestand aus? 6.000, ja gut. Könnte ich eigentlich mal ein bisschen beschreiben. So, wer war denn noch hier so? Paul, Toonie? Klasse. Ich finde es so schön, dass ihr hier drauf wart. Oder immer noch seid. Keine Ahnung, sehe ich nicht. Mir egal. Ähm, ich, 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 ich spüre euch tief in meinem Herzen. Tee. Äh, was ist das? Moment, passt das? Ja. Nö. Okay, hat nicht geklappt. Best Screens hat unser Never Forget. Ja, ja. Da oben steht es doch. Genau. Gaming on Deep.io. Ähm, machen wir bald. Also, ich würde ganz gerne diese Runde hier versuchen, wenigstens ein bisschen zu Ende zu spielen. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr noch Zeit habt, aber, ähm, wenn das hier weiter so läuft und wir, ähm, ihr bei mir bleibt und ich hier nicht alleine sitze, dann mache ich das auch gerne bis 10. Oder doch länger. Von mir aus. Kriegen wir schon hin. Take my energy. Äh, ich spüre sie, Paul. Spiel doch mal Hello Neighbor. Ähm, habe ich mir tatsächlich schon überlegt, äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von dem Game und ich würde mir ein wenig komisch dabei vorkommen, wenn ich jetzt ein Video davon hochladen würde, ähm, weil ich habe das Gefühl, dass alle das jetzt schon irgendwie kennen. Und wenn ich da als einziger Dude reingehe, der überhaupt gar keine Ahnung von diesem Spiel hat und, äh, das ist, also ich lerne das ja immer gerne mit euch zusammen, ne? Ja, ja, außerdem, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was es kostet. Das ist noch so ein anderer Faktor. Ähm, das, das, das dicke, dicke YouTube-Geld ist noch nicht reingekommen. Das wird, denke ich mal, auch nicht kommen. Ähm, also ich werde, das ist wahrscheinlich, ach, scheiße, ähm, das ist doch nicht wirklich so einfach, oder? Ne, Moment, ne, Wein passt auch nicht. Ähm, weiß einer von euch, was, 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 was kostet, ähm, Hallo Neighbor? Das ist doch eine Early Access, oder? Worum geht's denn bei dem Spiel? Naja, ne, ich schreib das mal lieber nicht, das würde wahrscheinlich zu, äh, lange gehen. Grünes Zeug, ne, ist, also nicht das grüne Zeug, es ist das andere Zeug. Ja, ja, das andere, das andere Zeug. Space 1.io. Oh, ähm, habe ich, glaube ich schon mal gesehen, habe ich mich schon mal im Internet angeguckt, da kann man doch so drei Klassen auswählen zum Anfang, oder? Ähm, hat mir nicht so gefallen, muss ich zugeben. Also nicht, jedenfalls nicht für YouTube wieder, nicht momentan. Vielleicht haben sie es seitdem ein bisschen, ähm, geupdatet, das kann durchaus sein, aber zum ersten Moment, andererseits, ich bin gerne für Vorschläge offen. Also, diese I.O. Games haben ja, oh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, wenn, ähm, Annie fertig ist, dann muss ich meinen Bildschirm schwarz machen, nicht, dass ihr seht, was ich auswähle. Ähm, ja, wie gesagt, dieses, diese Deep.io, diese Deep.io Sachen, scheint ja wirklich sich so langsam zu etablieren auf meinem, äh, Channel. Ähm. Ne, ach, äh. Ja, wunderbar. Es scheint sich ja langsam so ein bisschen zu etablieren auf meinem Channel, diese ganzen I.O. Games. Finde ich persönlich gut, finde ich auf jeden Fall gut, weil die erstens nichts kosten, kann man immer super spielen. Zweitens kann ich dann ab und zu auch mal mit euch zusammenzocken und dieses Kompensative sorgt dafür, dass doch ein bisschen, dass keine Langeweile aufkommt, weil irgendwann hat man halt ein Spiel durch, nicht wahr, und dann ist es durch. Aber bei diesem Diskurs darum geht, die ganze Zeit, äh, PvP zu betreiben, ja, das kann man halt 20, 30 Folgen daraus machen, wenn ich jemals 20, 30 Folgen von irgendeinem I.O. Game machen würde. Ich bezweifle das sogar, ob das es jemals bei Deep.io wird. Ich hab heute mal ganz zufällig, so, halt, 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 Moment, 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 weg, ha, wunderbar, gut, so. Jetzt wähle ich schnell ein Wort aus, dann merke ich mir das, beziehungsweise steht oben auf meinem Bildschirm und, äh, dann mache ich mein Bildschirm wieder hoch, dann könnt ihr auch sehen, was kommt. Oh, das wird... Naja, gut, okay, probieren wir das mal. So, Bildschirm wieder an und ihr seht nichts, wunderbar, cool. So, dann zeichne ich mal mein Wort und ich bin sehr gespannt, ob ihr drauf kommt. Ha, alle, alle Daumen nach oben. Hm, wie ging denn das? Ja, so, einmal das, einmal das. Gut, ähm, ja, das sieht sehr, sehr minimalistisch aus, aber Alpha hat es erwischt, Alpha hat es erwischt, wunderbar, gut. Wisst ihr was? Ähm, doch, ich werde jetzt mal hier neben noch ein anderes Bild zeichnen. Das wird das gleiche nochmal darstellen, bloß in einem anderen Kontext. Wartet ab, dass das gesuchte Wort ist noch nicht zu erkennen auf diesem. Andererseits sind das auch bloß noch, so, ein paar, einer, einer fehlt noch, aber nur für dich mache ich das gerne, sogar sehr, sehr gerne. Ja, so, das hier hoch. Nee, 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 warum habe ich denn diese Polkascheiß hier mit drin? Das habe ich mir aus Versehen runtergeladen, oder? Ich habe es mir für einen sehr, sehr guten Moment aufgespart. Das kann natürlich auch sein, ähm, was ich mir damals gedacht habe. So, da, hier, das hier kommt noch dazu. Sorry, das sieht nicht so toll aus, aber es war Schleife. Es, es, es war Schleife. Okay, wunderbar, hat ja geklappt, ne? So können wir das machen. So, wir sind in der vierten Runde, das ist die letzte Runde. Äh, die spielen wir noch zu Ende. Dann gibt es eine kleine Siegerehrung. Und danach spielen wir noch eine Runde Dieb, würde ich meinen. Weil sich das doch einige gewünscht haben. Ja, so machen wir das. Also die Runde zocken wir noch zu Ende. Das wird, denke ich, mal zehn Minuten dauern. Ich würde aber ganz gerne zwischendurch fünf Minuten Pause machen. Ich, äh, ja, also ganz kurz. Ich meine, ich sitze jetzt seit zwei Stunden vor diesem PC und, oh, verdammt, ähm, ich muss, brauche einfach mal kurz eine Redepause. Ähm, shit. Ach, okay. Ja, 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 ja. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Bäm. Ähm, also wie gesagt, die Runde spielen wir zu Ende. Dann machen wir fünf Minuten Pause. Und, dann geht's weiter mit Dieb. Ob ich mal Pokémon gespielt habe? Das fragst du mich wirklich? Jeder hat schon mal Pokémon gespielt. Ich hab damals mit der, äh, roten... Ich bin genau die Pokémon-Generation, ja? Aber wirklich genau. Ähm, wir haben... Wir haben damals, äh, mit blau und rot angefangen. Mmh, tolles Spiel. Das ist... Das hat echt meine Kindheit geprägt. Das war, glaube ich, sogar mein... Zweites Spiel. Pokémon... Blau. Ja, blau. Und, als erstes hatte ich, glaube ich, einen... Oh, ich weiß nicht, ob ich einen Glumander oder, äh, ein Shiggy hatte. Thumbnail ist immer noch ein Mob. Soll nicht zu fassen, wirklich? Danke für... Danke. Danke, dass du es mir nochmal sagst. Ähm, ich wechsle das jetzt. Warum klappt das denn nicht? Ähm... Wechsel, 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 wechsel. Ich brauche einen Scribble, genau, so, öffnen. Müsste aber eigentlich jetzt geändert sein. So, wir kommen zurück. Na, jetzt haben es natürlich alle schon rausgefunden. Ähm... Gut, wunderbar. So, ich hoffe, das Thumbnail hat sich jetzt endlich mal geändert. Es tut mir, wie gesagt, leid, die... Ja, ja, genau, es war kurz. Äh, Black Screen. Hm, ja, ähm, ich will ja auch keinem verwirren mit diesen, äh, mit dem Thumbnail. Und die kommen dann hier rauf und denken mir, oh, cool, jetzt können wir mal Ops spielen. Äh, jetzt kann man mal Ops zugucken oder vielleicht sogar mitspielen. Und dann ist hier dieses Gekritzeln. Naja, äh, nee, Scribble. Wir spielen gerade Scribble. Ähm, noch eins, zwei, drei, vier, fünf Personen lang. Und dann wechseln wir auf Deep.io. Da seid ihr wieder herzlich mit eingeladen, zu bleiben. Und ich schicke euch auch den Link wieder hier in den Stream rein. Und so, dann spielen wir noch ein bisschen Deep.io, so vom Schlafen gehen. Ja, aber Pokémon, ähm, halt mal, ich muss jetzt mal... So, wunderbar. Ja, äh, Pokémon, ähm, bin ich ein totaler Fan von. Ich habe auch die neuen Dinger nicht mehr gespielt. Also das allerletzte war, glaube ich, die dritte Generation. Ja, die dritte. Ich hatte auch kein Game Boy DS mehr. Daran hat es denn, äh, daran ist es denn gescheitert, tatsächlich. Wie sieht es bei euch aus? Okay, jetzt frage ich mal. Gibt es hier irgendeinen im Chat, der noch nie Pokémon gespielt hat? Das, das, das würde mich mal interessieren. Weil dann, dann, dann haben wir unser Einhorn. Also ich, ich wäre da echt neidisch, weil, ähm, dann kannst du das alles nochmal neu erleben. Und das ist eine schöne Überlegenheit. Ja, ansonsten, wenn ihr nicht zu den Leuten oder zu der Einpassung gehört, die nicht Pokémon, äh, die noch nie Pokémon gespielt hat, dann schreibt mir doch mal, was euer Lieblingsteil war. Und, äh, oder welche Lieblingsedition. Ich muss sagen, Pokémon Go hat mir tatsächlich zum Anfang richtig Spaß gemacht. Der Hype war real damals. Der Hype war wirklich real. Yay. Ihr hättet damals mal in Berlin sein müssen, als das rauskam. Das war... Hey, it's Razer, it's, 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 it's Razer, ich hoffe, ich spiele, it's Razer. Hey, na, wie geht's? Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Ähm, schön, dass du hier bist. Aber, wie gesagt, in Pokémon Go, genau. In Berlin war das so krass, weil alle, wirklich, also, du bist rausgegangen am ersten Tag vom Release und du siehst bloß die ganzen Leute hier, die ganze Zeit so rumlaufen. Aber wirklich, und du wusstest ganz genau, diese Person spielt gerade Pokémon Go. Und es war schon fast ein bisschen peinlich, äh, selbst dann auch die ganze Zeit. Und es war einfach unglaublich. Es war wirklich unglaublich, wie viele Leute Pokémon Go in Berlin gezockt haben. In Berlin war das aber auch einfach. Also, da hattest du halt alle... Oh, ich weiß, was es ist. Nee, ich weiß nicht, was es ist. Es ist wieder aber super. Doch, es ist es. Es ist es. Wunderbar. Ähm. Ja, genau. In Berlin war das, war das ja auch unglaublich einfach, diese Pokémon zu farmen, weil es ist alle fünf Meter ein Pokémon Stop. Ich hatte, ich konnte in meiner Wohnung einen Pokémon Stop abernten. So war das denn ungefähr. Teilweise waren da sogar so drei überschnitten, dass man, wenn man ein Logmodul eingesetzt hat, dass die sich halt, dass man in der Mitte stehen konnte und die halt von allen angezogen wurde. Ja, was habt ihr denn jetzt hier geschrieben? Ähm. Ich fangei mal, wie alt bist du? Ich bin 23. Äh, frische, munter, 23. Sonne und Mond. Hab ich leider nicht gespielt. Das sind diese neuen, nicht wahr? Pokémon Go hat mich eigentlich mal auf die Straße gebracht. Ja, das war wirklich das Coole. Man hat wirklich mal so einen Nachbarschaft kennengelernt und man war wirklich unterwegs. Also, ich fand Pokémon Go wirklich eine... Oh, ich weiß, was es ist. Ach, damn, da war jemand schneller. Äh, Tipp, Finger, gebt nicht auf. Damn it! Na gut, na gut. Euch, ihr dürft, ihr dürft das sein. Absolut. Ähm, ja, Pokémon Go fand ich absolut super, weil man ist einfach mal in die Frischluft gegangen und man hat auch neue Leute kennengelernt. Ich war damals mit, ähm, das kam gerade raus, da war ich mit einer Ex-Freundin zusammen und, ähm, ihre ganzen Freunde, die ich noch nicht so richtig kannte, wir waren noch nicht lange zusammen, ähm, haben halt Pokémon Go gespielt. Das hat schon verbunden. Wir sind dann am, äh, Kudamm hoch und runter gelaufen und haben Pokémon Stops abgeerntet. Wir waren alle, ähm, apropos Team Blau, Mystique. Ja, und, ähm, einer, einer der von den Typen hat dann halt gesagt, ich hab mich noch nie so sehr wie, äh, so sehr gefühlt, als wäre ich in einer Gang wie heute. Und er hatte schon irgendwie recht damit. Weil dieser Beef mit den anderen, äh, Teams, ähm, der war schon ziemlich witzig auf der Straße. Hat schon Spaß gemacht. Aber, ähm, war okay. Man hat, ähm, den Hype jetzt einmal mitgemacht. Und, ähm, war auch schön. Jetzt ist ja die zweite Generation, glaube ich, zuerst worden, aber diese Langzeit-Motivation, da hat man dann doch ein bisschen gefehlt. So Trainerkämpfe, ähm, ein bisschen anders mit den Arena kämpfen. Vielleicht doch nicht nur, ähm, ja, ja, ein paar Sachen haben wir gefehlt. Tauschen, tauschen hat mir auch gefehlt. Ja, und dieses scheiß, äh, Taubsy und Ratzfratz Farm. Boah, ging mir das auf den Keks. Ich meine, die hätten es viel lieber machen sollen, dass viel weniger Taubsy, viel viel weniger Ratzfratz und dann vielleicht ein bisschen anders vom Levelsystem arbeiten. Ähm, so. Pokémon Go, Pokémon X, kenne ich leider auch nicht. Julien und Kilian Kleineberg oder Kleinberg oder Kreunberg für eine Nachnahme. Ähm, danke. Freut mich sehr, dass ihr, oder euch, meine Videos und, äh, vielleicht auch der Livestream gefallen. Macht mir auf jeden Fall mega Spaß mit euch. Wirklich. So, äh, Hardcore Zut... So, jetzt müssen wir das ja aber mal lösen. Jo, meine... Freunde. Was ist denn das? Äh, ist das ein... Nie... Ja, geil. Ah, Lega rettet den Tag. Mustelge, ähm, du hast schon gezeichnet. Das, ähm... Hat man bloß einfach missverstanden. Ähm... Oh, jetzt geht's in die letzten zwei Leute. Zwei Leute noch. Dann ist das hier gesettelt. Hatte... Hatte noch... Nein, Fernando, das glaube ich dir nicht. Du hattest noch nie Pokémon? Glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ähm... Ich bin auch Team Blau. Yay, Mystique. Team Gelb. Team Gelb finde ich auch cool. Auf jeden Fall. Och, und gleich, und gleich darunter jemand Team Rot. Wir haben uns ja alle lieb. Das ist ja jetzt hier alles vorbei, aber Team Rot waren halt einfach so viele. Das... Also, okay, die ganze Zeit haben sich Team Blau und Team Rot gebettelt. Und ich hatte mal so das Gefühl, dass Team Rot, also meine persönliche Sicht, dass Team Rot zum größten Teil, ähm... Schulkinder waren. Blau waren viele, viele Studenten. Und, äh... Also zum Großteil, wenn man das sich so anguckt. Und gelb waren die... die wirklich Arbeiten denn meistens. Also so vom Gefühl her. Ja. So, gibt es noch irgendeine Frage, die ich übersehen habe? Den Gelb und abonniert. Ah, Sandflamme, du hast mich noch nicht abonniert gehabt. Das habe ich echt gedacht. Na gut, aber selbst dann, herzlich Dankeschön für dein Abo. Willkommen bei uns. Ich muss mir noch einen coolen Namen ausdenken für unsere Community. Ich finde Rainbow Boys schon gar nicht so schlecht, aber ich finde das ein bisschen diskriminieren Frauen gegenüber. Deswegen habe ich da noch ein Rainbow Guys gedacht, oder... Das hört sich aber zu sehr nach Rainbow Gays an, wobei das auch schon wieder ganz witzig wäre. Ähm, aber das wäre dann so doppelt gemoppelt und das... Ne, 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 ne. Äh... Hocker vielleicht. Und, ähm... Jetzt habe ich schon wieder den Fasen verloren. Der Klassizismus ist real. Ja, äh, Rainbow Dudes habe ich noch überlegt. Oder wir finden uns einfach damit ab, dass das Rainbow Boys unisex-mäßig gemeint ist. Wobei mir das nicht so sehr gefällt. The Lega. Äh, das finde ich ein bisschen zu egozentrisch, ehrlich gesagt. Und da fehlt irgendwie so das Witzige. Lega ist ein schöner Name, finde ich. Ähm... Kann ja auch nichts dagegen haben. Aber nicht um... Ach, ich weiß auch, was es ist. Ach, ne, 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 ne. Jetzt tippt das man nicht alle ein. Äh, lasst mir mal Zeit. Ich... Naja, gut, okay. Wow, Linda, du bist ganz schön nah. Du bist gefährlich nah an mir dran. Wie weh. Also dafür, dass... Ich vermute einfach mal, dass du es zum ersten Mal spielst. Ist das ganz schön gefährlich hier geworden. Gefällt mir gar nicht. Aber... Uh... Lega das Erste. Yay! Ähm... Ich muss die Beschreibung erinnern. Och, leck mich am Arsch. Habe ich wieder was vergessen? Naja, das ist der Charme von einem, äh... Von, von, von einem ersten Stream. Nicht wahr? Und die sind alle dabei. Legasthenik. Für den Scribble-Clan wäre das wirklich gut. Legastheniker. Gut. So. Ich mach das hier mal schnell wieder alles dunkel und böse. Und wir wechseln jetzt auf deep.io. Oh.